Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem wunderbaren Ereignis. Wir erleben heute eine Premiere. Bremen hat mit diesem heutigen Konzert ein neues Orchester, ein Bremer Barockorchester. Da haben sich junge Musiker, die allesamt an der Hochschule bei uns ausgebildet worden sind, zusammengetan und haben sich über die Barockmusik gefunden und wollen uns nun ihre Kunst zeigen. Ich habe mir versucht zu merken, aus welchen Ländern die alle kommen. Also aus Chile, aus Mexiko, aus Kolumbien, aus Ungarn. Es fehlt noch was. Natürlich auch aus Deutschland, Japan. Also ein ganz, aus der ganzen Welt zusammen, sich hier in Bremen eingefundenes Ensemble von jungen Musikern, die allesamt über die Barockmusik sich gefunden haben und über die historische Aufführungspraxis versuchen, einen eigenen Klang zu entwickeln. Und ich wünsche Ihnen allen, dass das ein großer Erfolg wird, dass Sie mit Freude an dieses Konzert erinnern. Bitte reden Sie darüber unter Ihren Freunden. Tragen Sie den heute beginnenden Ruf dieses jungen Orchesters raus in die Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen von Herzen, den jungen Leuten, dass Ihnen das gelingt und ich freue mich, dass das mit Bremen verbunden ist. Herzlich willkommen, einen wunderschönen Konzertabend und den Musikern ein ganz wunderbares Gelingen. Applaus Vielen Dank.